Jetzt ist der Teufel los, bei uns geht's richtig ab. Hallo liebes Tourbook, heute gibt's keinen Auftritt von mir, nein. Heute bin ich bei Radio 7 und zwar bei der Drachenkinderaktion. Und was es da mit Aufsicht hat, das werden wir jetzt sehen, denn wir gehen jetzt mal rein. Hallo Radio 7. Ja, hier ist der Tobi, hi, zur Drachenkinderaktion, hi. Hey, komm her. Radio 7a, schönen guten Tag, hi. Wen haben wir denn hier? Die Danny. Hallo, guten Tag, ich bin da zur Radio 7 Drachenkinderaktion und bin gespannt, was jetzt passiert. Sammelspenden, ganz viel Geld. Du musst jetzt deinen Namen sagen und sozusagen einen Aufruf starten, dass die Leute dich anrufen. Hallo Freunde, ich bin Tobi und ich begrüße euch natürlich bei der Drachenkinderaktion. Ich bin auch bis 17 Uhr hier bei der Spendenhotline hier bei euch im Studio unter der Nummer 0800. Was ist das Radio 7 Drachenkinderprojekt überhaupt? Also, das ist natürlich eine Benefizsache, ein Projekt, das sich an Kinder richtet, an Familien hier bei uns in Süddeutschland, nämlich zwischen Allgäu, Bodensee und der Alp. So, jetzt heben wir mal ab. Ich bin mal gespannt, wer hier anruft. Sehr gerne. Radio 7, die Drachenkinderhotline, der Tobi hier. Hallo. Hallo, ich hab Tobi. Hallo, wir haben zwei Tobis am Apparat. Ja, ich möchte gerne einen Blitzer melden. Einen Blitzer melden, das ist ja total cool. Du bist hier beim Spendenmarathon angekommen, aber wenn ich einen Blitzer melde, dann kostet er meistens 15 Euro. Eichenburg 35. Eichel oder Eichenberg? Hallo Tobi, hier ist Schmiedingen. Warum hast du so gute Laune? Ja genau, wir haben heute auch gespendet für die Radio 7 bei Kinder. Hast du denn uns ein Telefon? Brüchte wir mal. Telefon? Mhm. 0176, 53, das ist eine super Aktion auf dem Radio 7, weil das ist ein Schützherrscher, finde ich, dass jeder das tägliche Brot hat. Habt ihr den schon Abend gegessen? Nein, ich muss noch Abend gegessen, aber nichts gegessen. Dann wird jetzt richtig festspott mit so einer schönen Wurstsalat, Essiggurk. Ich bin Veganer, jetzt kein Fleisch. Ah, dann gibt es dann doch eher die Weizen-Tortillas oder sowas. Was ist das eigentlich eigentlich so Abend? Salat oder, wie gesagt, ich darf ja eigentlich in der Frau schon Pizza essen, aber das glutenfreie Mehl eben. Ist das dann mehr Metall jeder? Du sagst einmal Pizza-Fungi glutenfrei oder nicht? Ja, der macht das. Du hast extra glutenfreies Mehl und Blatt-Hose-Frei, hat er? Jetzt, der macht das quasi, der macht extra den Teig für dich extra nochmal? Ja. Ja, ist ja krass. Ganz lieben Dank für dein Mitmachen, gell? Danke. Bis dann, ciao. Ja, die Radio 7 Drachenkinder-Aktion 2015 geht für mich jetzt vorbei. Jetzt geht's auf der Weihnachtsmarkt, wie man hier in Schwaben sagt. Ich danke allen Hörern von Radio 7, die angerufen haben und mit mir ein kleines Schwätzlik gemacht haben. Und ich sag tschüss, bis zum nächsten Turbo. Ja. 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 Ja.